Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming. Ah, lady! Machukel will... Machukel wasser uns hat. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was die Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Du, Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padia Set. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Medjay. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Ja, Blutfall? Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Blut wird eben. Aber kein unschuldiges Blut mehr, Leute. Kein unschuldiges Blut. Weil wir wollen das unschuldige Blut hier. Ja, das unschuldige Blut soll verhindern. Sollen wir fahrhen dann hier, Leute? Allah. Oh, unser Freund ist auch wieder da. Servus. Diebe! Sie sind mir bei einem Gegenstand zuvor gekommen, den ich für dich zurücklegen wollte, Bayek. Man muss es ihnen heimzahlen. Und da kommst du ins Spiel, Bayek. Ein Medjay ganz nach meinem Geschmack. Hilf mir! Und ich werde dich reich belohnen. Und ich werde dich reich belohnen. Und ich werde dich reich belohnen. So, jetzt schauen wir mal, was gut ist. Alle, die Quest, Rache, alle. Okay, Leute. Das Artefakt. So ein Artefakt wäre wirklich nicht schlecht, Leute. Wenn wir so ein Artefakt von uns holen können. Weil wir haben ja schon lange keine von ihm seine Missionen gemacht. Bei seinen Missionen haben wir ja schon viele. Die Missionen bei ihm haben wir ja... Viele hätten wir ja nicht machen können. Weil erstens so weit weg waren. Und zweitens die Missionen, wo mal Ding waren. Jetzt würde ich mal gerne so eine Mission anfangen, Leute. Würde ich gerne so eine Mission anfangen, Leute. Weil es sind wirklich schöne Missionen hier. Und danach werden wir die Mission danach wieder weitermachen. Aber jetzt wollen wir erst mal... So ein Artefakt vielleicht gibt es ein... Vielleicht wird was... So ein Artefakt. Das war mir echt nichts wie Hügel, wie es aussieht, Leute. Okay, dann schauen wir mal. Was ist das? die rebelle schnauze Schwenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Schwenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Schwenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Oh man! Die Mission! Oh man! Der Konvoi! Oh man! Die schafft man! Aber der Konvoi wird man nicht mehr schaffen! Hopp, gib Gas! Haut nicht mehr los! Ich mach weiter! Schwenk den Gegner ab! Geht gemeinsam! Let's die Gegner ab! Ich mach weiter! Schwenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Oh, man, oh. Die Missionen sind so nervig, Alter. Man, oh man, die sind alle, Mann, oh man, wir kämpfen Munitionen, Alter, Mann. Das hat nicht ganz so gereicht, nicht ganz gereicht, Leute. Und jetzt sind wir irgendwo im Niemandsland, ja. Jetzt sind wir irgendwo im Niemandsland, Leute. Ah, da ist sie aber in der Nähe, oh. Ah, Mann. Tomo, ich glaube, Leute, wir versuchen es noch einmal. Die Mission. Wir versuchen es noch einmal, wenn wir es ihnen jetzt schaffen, Leute. Auf einmal versuchen wir die Mission jetzt noch, Leute. Und wenn sie dann jetzt nicht mehr, dann werde ich mit der Mission, mit dem Soulback, werde ich dann weitermachen, Leute. Aus dem Weg! Du kommst hier nicht vorbei. Beschütz dich! Sei kittet, ihr Kyrios. Hör! Da hängt die Gegner an! Ich mach weiter! Du kommst hier, du kommst hier, du kommst hier, du kommst hier! Alter, mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen, Leute, für die Nacht. Alter, so ein Streitwagen wäre auch nichts Schlechtes. Ob man zum Streitwagen, weil theoretisch, wir können Streitwagen uns holen, glaube ich. Ich muss was für den Streitwagen. Da waren wir. Okay, für drei können wir den Streitwagen uns holen. Das wäre eigentlich, ach, cool, oder Leute, zum Streitwagen. So ein schöner Streitwagen zu haben. Vielleicht tun wir das im Machel, ein gutes Arbeiten. So ein schönes Streitwagen zu haben, ist immer was Gutes, finde ich. Und dann schon. Ja, und dann können wir auch noch sehen. Ziehen in die frisch sanierten Gebiete im Norden der Stadt. Ein Geschenk von mir und nicht von den Göttern. Guck, Leute, es ist doch vielleicht nicht schlecht, so Missionen zu machen, mal, Leute. Ja, und dann können wir auch noch sehen. Oh man, das wär schön Das wär auch schön gewesen Aber, dass wir uns so'n Streitwagen holen können Das ist natürlich noch besser so'n schöner Streitwagen Ok, ja Ok, dann schauen wir mal, wo der Weg uns hinfügt Die Griechen beten gemeinsam mit uns zu Serapis Und nun bewohnen sie gemeinsam mit uns Krokodilokon Ok, und dann müssen wir jetzt einmal einen langen Weg vor uns, glaub ich Wie ist es aus? So'n kleiner Umweg ist es, glaub ich, oder? Oh, äh, ja, ähm, mäh Das neue griechische Viertel ist eine wunderbare Erweiterung unserer Stadt Ok Dann reißen wir's nicht automatisch, sondern normal, würde ich sagen Ich hab glaube Ah, hier haben wir ja noch so ein Stückchen, wo man dann rüber reißen könne, Leute. So, ja, leider, da sind wir noch eine sehr schöne, so ein bisschen können wir auch noch ab und zu machen, Leute. Da sind wir noch ein bisschen. Bruder! Halt! Das sind nicht mit dir! Diese Zone ist tabu. Hey, was? Ich bring dich hoch! Ja, das können die Krokodile dann machen. Das können die Krokodile für dich machen. Für mich dann. Alle Waffen und Rüstungen, alle Waffen liegen mal echt viele. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Was haben Sobek Priester mit Soldaten zu schaffen? Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Danke! Es muss leider sein. So, müssen wir uns ein bisschen sputen, Leute, jetzt noch ein bisschen. Das wäre heftig, wenn wir das rausziehen, was hier noch rauskippt. Ich bin schon ganz gespannt. Das heißt, er ist dann nicht hier. Hier unten regiert er dann mehr, nicht zu oben, wo wir am Kumpf waren. Oh nein Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Hey, was? Oh, Mama! Kein schwerer Schuss! Ich rufe die Truppen! Von Assassinen von denen, ich dachte. Wer schießt hier? Was da? Boah, super! Das war ein Satz für mich nicht verworfen. Das war mein Fehler, Leute. Wir sind zu hart reingegangen, Leute. Wir hätten langsam machen sollen. Das ist halt immer... Ich habe gesagt, oh, machen wir so schnell, so kurz durch. Aber man sieht, es ist schwerer. Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Ja, aber das ist schon nicht schlecht mit der Hauptmanns. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ich werde mich hier nicht erwischen lassen. her. Aber Leute, ich würde sagen, das Weitere machen wir erst beim nächsten Mal. So, mir sagt wieder euer Peter, Gaming, Tschüss, bis dann und PG, bis dahin.